Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Dienstag, dem 17. Januar 2023. Du hörst die Geek Talk Daily. 1000 und 300. Wieder mal eine runde Zahl. Und heute habe ich auch runde Themen. Wahrscheinlich, dann vielleicht. Das darfst du am Schluss der Episode bestimmen. Renault 8, Stadia, Android TV Box, 3D-Druck, Apple TV+, Macbook, Twitter, Kodi, Deezer und Huawei. Ein buntes Allerlei. Und ich starte gleich mit einem Android-Smartphone, dem Oppo Renault 8. Zumindest das Pro. Ich weiss nicht, ob die kleinere Version es auch bekommen hat, weil ich das nicht habe. Aber das Renault 8 Pro, mein aktuelles Android-Smartphone, das ich sehr, sehr gerne nutze, ist mit ColorOS 13 ausgestattet worden. Auch dieses Gerät bekommt jetzt endlich Android 13 spendiert. Was das alles heisst und was da mit drin ist, neben neuer Optik und ein paar neuen Funktionen, dazu findest du auf daily.geektalk.ch und oder im Podcatcher deines Vertrauens einen Link zum Anklicken und Weiterlesen. Dann geht es weiter mit dem Stadia. Ja, morgen ist es soweit. Morgen wird dieses Stadia eingestellt. Googles kürzester Atem irgendwie hat wieder mal zugeschlagen. Der Dienst wird eingestellt. Aber was schön ist, was ich lange gehofft habe, kommt jetzt wirklich. Der Controller wird mit Bluetooth nachgerüstet. Du kannst das Ganze über ein Update einspielen. Wie genau, werde ich noch ausfindig machen. Sollte man vielleicht vor morgen noch tun oder hoffentlich auch nachher, weil ansonsten werden viele dieser Geräte dahin gehen. Wer seinen Stadia-Controller nicht haben möchte, er darf sich gerne bei mir melden. Ich hätte da Verwendungszweck. Google Stadia hat aber auch noch zum Abschied, und deshalb solltet ihr heute nochmals kurz draufgehen, ein Spiel gebracht. Das erste Spiel, was es auf der Plattform gegeben hat. Und das Spiel, was eigentlich die Entwickler im Hintergrund immer genutzt haben, um neue Dinge auszuprobieren. Es ist ein Snake-Clone, das Warm Game. Ihr dürft gerne noch fleissig spielen, bis Google dann den Stecker wirklich zieht. Und unschöne Neuigkeiten gibt es zu einer Android-TV-Box, die schon seit Längerem im Verkauf ist. Das Missillic Millisig-Modell T95 Android-TV-Box mit Allwinner T616-Prozessor. Der wurde über Amazon und auch über andere Plattformen verkauft und anscheinend nicht allzu wenig. Und wenn du ein solches Gerät hast, dann solltest du es sofort vom Strom nehmen und vom Netzwerk nehmen. Denn das Teil ist von unten bis oben verseucht. Bis und mit in die Firmware hat sich da Malware mit reingeschlichen. Anscheinend schon für den Verkauf. Sehr, sehr unschön. Aber das zeigt wieder mal, man sollte Augen offen halten und halt nicht irgendwelche komischen Billigboxen aus irgendwo sich kaufen. Nur um den Fernseher ein bisschen smarter zu machen. Da gibt es wirklich bessere Lösungen mittlerweile. Der 3D-Druck ist schon lange kein Hobby mehr. Für viele ist es ein Ding, was sie mit Leidenschaft betreiben. Ich habe vor kurzem auch wieder angefangen. Zumindest versuche ich mich da mal stark mit ein bisschen auseinanderzusetzen. Und jetzt ist es das erste Mal gelungen. Ich habe schon vor Jahren das erste Mal darüber berichtet, dass ein Haus, zumindest in Ansätzen, Wände und so weiter, mit einem 3D-Druckverfahren gemacht wurden. Jetzt wurde das erste Mal in den Staaten ein zweistöckiges Haus komplett aus Beton gefertigt. Also eben aus dem 3D-Druck. Für die USA ist das etwas, was nicht so oft ist. Denn die Dinger fliegen ja meistens davon. Ich spreche von den Häusern. Wenn da ein Tornado drüber fegt. Da könnte so ein stabileres Haus aus Beton und was auch immer noch da mit drin ist, wahrscheinlich Abhilfe schaffen. Wir werden es sehen, wenn es das nächste Mal gewütet wird. Gewütet wurde auch bei Apple. Gut, das ist ein falsches, ein negativ belastetes Wort. Nachdem Peter Stern weggegangen ist vom Apple Service Team. Der hat ein bisschen Apple dazu bewegt, das Ganze umzustrukturieren, was die Services anbelangt. Nach wie vor ist alles dem Service-Chef EdiQ vorenthalten. Und es gibt unten dran drei neue Positionen, welche die einzelnen Bereiche umsetzen oder begleiten werden, die aber eben direkt an EdiQ berichten. Unter anderem ist es Oliver Schlusser, ein aus Europa stammender Mitarbeiter von Apple, der seit 2004 bei Apple ist und da damals in Europa die iTunes-Geschäfte angekurbelt hat. Später, im 2018, hat er dann offiziell die Leitung von Apple Music bekommen und hat da Apple Music Radio, Apple Music Replay, Apple Music Sing und weitere Dinge eingeführt. Also einer, der schon länger weiss, wie es bei Apple läuft. Und der übernimmt jetzt neu neben Apple Music auch den Apple TV-Bereich. Weitere Bereiche werden sicherlich nächstens dann auch noch durchpurzeln. Die Tage ist her. Genau vor 15 Jahren wurde an der Mac World Expo, wie damals ein Jahr, also besser gesagt ein Jahr nach dem iPhone, hat Apple das MacBook Air vorgestellt. Mögt ihr euch noch erinnern, das euphorische von Steve Jobs The World Thinest Notebook? Er hat dann, wie heisst das, ein Envelope, einen Briefumschlag hervorgezaubert und einen ultradünnen Rechner für die damalige Zeit rausgezaubert. Das Teil hat auch heute noch Anziehungskraft, auch in der neuen Version. Und ich würde mich mit so einem sehr, sehr glücklich schätzen. Ich muss mir mal wieder anschauen, was da aktuell die Preise sind. Aber vielleicht müsste ich da noch ganz kurz warten, weil die aktuellsten, und jetzt Piep, Glocke, Achtung, Gerüchte, die neuesten Gerüchte besagen, dass heute Apple nämlich neue Geräte vorstellen wird und oder soll. Das sollen nicht nur MacBook Pros sein, es könnte auch ein MacBook Air sein, nee, Air nicht, aber ein Mac Mini und ein Mac Pro wird auch gemunkelt. Aber vor allem das MacBook Pro in der 14 und 16 Zoll Variante soll anscheinend sehr stark im Rennen sein, wenn dann sich diese Gerüchte Bewahrheiten täten. Twitter hat Dritt-Clients eingestellt. Das haben wir in der G-Tock-News-Episode von der letzten Woche schon berichtet. Der Mike hat mir das erzählt. Ich habe das nur am Rande mitbekommen. Jetzt soll es anscheinend offiziell sein. Der Sack ist zu. Ich hoffe nicht für final, aber wir werden es sehen. Kodi, eine Media-Center-Lösung für euren Mac Windows und was auch immer noch für Rechner ihr habt, die ist in der finalen Version 20 erschienen. Wer da mal reinschauen möchte, es gibt ein neues User-Interface. Die Software ist nach wie vor quelloffen und ihr habt gute Möglichkeiten, um eure Filme, Musik und was auch immer noch im Netzwerk schön dargestellt zu bekommen. Unschön ist dafür, was bei Deezer passiert ist. Im Jahre 2020 hat Deezer mit der App Audiobooks etwas gebracht, was ich bei anderen Diensten sehr, sehr vermisse. Gut, Apple hat das ähnlich. Sie haben die Bücher-App und da sind Audiobücher drin. Aber wenn du bei Spotify und anderen solchen Diensten Hörbücher dir anhören möchtest, dann musst du dir die mühsam zwischen den Musikstücken und meistens auch noch zwischen den Podcasts, alles unsäglich und hässlich, alles zusammengewürfelt. Deshalb hat Deezer da den besseren Weg gemacht, wie ich finde, und hat die Hörbücher ausgegliedert. Jetzt ist es aber so angekündigt worden, dass per Ende Januar das Ganze eingestellt wird. Anscheinend haben dann da eben zu wenig Leute gedacht, dass das sinnvoll ist, getrennt zu haben und oder es den Weg nicht gefunden oder die App oder wie auch immer. Sehr, sehr schade. Ich hoffe, dass für die bestehenden Kunden wenigstens die Hörbücher in der normalen App drin ist. Aber dann ist es auch wieder so ein Gewurstel wie bei Spotify und Co. Kein Gewurstel hat Huawei abgelassen. Sie haben vorgestellt die Huawei Freebuds 5i, die fünfte Generation der True Wireless Kopfhörer mit ANC und das Teil ist ein leckeres bisschen für unter 100 Währungseinheiten. Was ist speziell daran? Huawei hat die Säge angesetzt und hat die Stöpsel um 7 mm gekürzt auf 29 mm. Das soll besser im Ohr liegen, soll aber dennoch gute Qualität, sogar hervorragende Qualität bieten. Es ist IP54, staub- und wasserbeständig somit, hat Bluetooth Multipoint. Ihr könnt mehrere Geräte, also deren zwei, gleichzeitig damit verbinden und habt 18,5 Stunden Strom, ohne dass ihr wieder zur nächsten Steckdose hüpfen müsst. Und wie gesagt, das Ganze für unter 100 Währungseinheiten. Finde ich ganz cool. Ich hoffe, ich kann mir die nächstens genauer anhören. In diesem Sinne, das war's heute mit den heutigen Neuigkeiten. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Euch einen schönen und erfolgreichen Tag. Und wenn ihr mögt, bis bald wieder. Tschüss, euer Pogipsi. Hört mehr Geek Talk.